so gut Dokumente. Baron of Crusader, Kapitel 6. Ah, durch Rotation soll Resonanz gebracht werden. Aber der entstehende Drehimpuls führt möglicherweise zu Rissen in der Eindämmungseinheit. Falls die Frequenz zu schnell erhöht wird, ist das die Rache der Glashersteller-Gilde. Woher soll ich sonst Platten geeignet oder Steiger bekommen? Wenn nötig lasse ich Eastrix-Markt her. Aha. Mhm, mhm. So, okay. Okay, let's go. Okay, wir können jetzt noch ein Lens da. Das macht, denke ich, keinen Unterschied. Ich breite die Sprünge aus. Wenn ich an den richtigen Stellen ansetze, kann ich das Ding knacken. Cool. So. Okay, jetzt muss ich hier einfach mal wieder eine neue Stelle suchen. Ja, wo war's denn? Perfekt. Hoppsan! Go! Glaube ich hab's. Cool. Hoppla! Hat sich aber ganz schön aus dem Latschen gehauen, Mann. Okay. Ich hab einen neuen Fokuspunkt. Oh, Fokuspunkt. Fokuspunkt. Scharfsinn! Geschicklichkeit da mal voll. Scharfsinn. Effizienz. Oh ja. Ja. Wunderherrlich. So, Journal schließen. Was? Ich muss jetzt einfach wieder hoch. Ah, warte mal. Der hat doch gesagt, hier unten liegt noch ein bisschen Zeug. Das war's. Schwach. Sehr schwach. Ich hab gedacht, der liegt mehr. Na dann. Oh, shit. Was ist das? Der Meister Dieb? Komm ich ungelegen? Ah, ein bisschen. Wie ungeschickt. Verzeih mir. Seit unserem ersten Treffen bin ich etwas ungelenk auf diesem Fuß. Ah, Mann. Früher tauchte man Hände von Dieben in heißen Teer. Gerrit. Aber deine stelle ich mir auf den Kamin. Scheiße. Gut erwischt. Haha. Sehr schön. Ah, herrlich. Hey, wir sind ja schon fast durch mit Fifi. Ich hab eigentlich gedacht, das wird ein bisschen länger. Ja gut, ich hab auch nicht alle Nebenmissionen gemacht. Hm. Wuppala. Die Rohre münden unter der Brücke in den Fluss. Aber wir könnten ja mal, also wenn ihr Bock habt und mehr von Thief dann sehen wollt, könnte ich vielleicht, äh, noch die Nebenmissionen nachmachen. Nachmachen. Aufnehmen. Hier lang! Die Villa gehört uns! Wohle. Jaaaa! Fussa! Nein! Warte! Die Pissenelke muss noch kurz am Leben bleiben. Ich hab da noch ein paar Fragen. Komm schon, komm schon. Duck dich doch. Oh. Oh. Ah, das ist keine Revolte mehr. Das ist eine Revolution, Baby. Schleichi, Schleichi, Schleichi. Hm. Die Dächer wollte ich noch hüpfen. Wah! Hi! Rassen. Ratten. Ich hasse Ratten. Ne, eigentlich nicht. Ich mag grad. Ah, cool. Die Götzen haben Spuren hinterlassen. Doch nicht leicht über die Brücke zu kommen. Nein. Das wird es wohl nicht. Oh, das ist nicht gut. Na 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 na. Die die. Passt doch. Oh! Yeah. Oh. Wow, 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 wow. Sachte. Ganz sachte. Ganz sachte. Oh, ja. Ja, bah. Was wollen dies? Merkt's ihr noch? Hopp. Genau. Da hab ich mir einen tollen Platz ausgesucht. Hm, 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 hm. Hm. Heiß, heiß. Ah, wenn nicht. Äh, ja, das breitet jetzt nicht aus. Glaub schon. Heiß. Fuck. Supergeil. Komm schon. Komm schon. Hm. Hm. Hopp. Sorry, Bro. Aber ich brauch dein Seil. Alea, hopp. Oh. Wow. Kollege. Nein. Der merkt's nicht mehr. Ah. Komm. Und jetzt? Ah. Supergeil. Nein, nein. Oh. Komm, duck dich doch, duck dich doch. Oh. Wow. Knappe Sache. Ja, ich weiß. Na, klasse. Ähm, ja. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ich weiß gar nicht, was das jetzt gebracht hat. Wuhu. Oh. Oh. Woah. Oh. Ah. Oh. Woah. Woahwawa. Schweinenkap, würd ich sagen. Komm, komm komm. Ja. 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 Ah, ist doch alles gut. Oh. Hm. Dieses Tisch-Geräusch gefällt mir überhaupt nicht. Ich möchte nicht hier sein, wenn dieser Teil der Brücke einstürzt. Oh. Ja. Ja, nee. Ich möchte auch nicht da sein. Obwohl es Bumm macht und ich mag es, wenn es Bumm macht, aber so hautnah will ich dann doch nicht sein. Ich möchte nicht hier sein, wenn dieser Teil der Brücke einstürzt. Vielleicht sollte ich oben rum gehen. Also geht doch. Ähm, ja, so langsam fackelt mir hier die Bude ab. Ja. 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 Dämlicher Gerrit kann den Mann, in er Todesfalle hier auf einem Ball. das ging fast am besten gestern drauf ich möchte nicht hier sein das ist eine tolle Idee mit dem langsam schneller schneller heiß 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 für vorsicht ist keine zeit das war knapp das war knapp gut mein Freund genau oh scheiße alter was ist da los das war jetzt noch einmal für vorsicht ist keine zeit ich muss mich beeilen schneller 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 ja shit alter 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 das war das war